Deutschland ist definitiv unsicherer geworden. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Wir müssen gemeinsam aufstehen und für ein sicheres Deutschland kämpfen. Die AfD macht eine Demo am Washingtonplatz am Hauptbahnhof, kommt vorbei mit uns auf die Straße und da können wir was bewegen und Merkel dann letztendlich irgendwann wegschaffen. Wir können dann nämlich teilnehmen an einer Demo der erfolgreichsten Partei der letzten Jahre, der AfD. Kommt bitte alle nach Berlin, 27. Mai, Großdemo. Vielen Dank. Wir sind die Wiege des bürgerlichen Widerstandes. Politischer Widerstand darf nicht nur in den Parlamenten stattfinden, sondern wir müssen den politischen Widerstand auch auf die Straße tragen. Am 27. Mai führt die AfD eine Großdemonstration durch. Seien Sie dabei, wenn wir uns unser Deutschland zurückholen.